Bist du eher der positive oder der negative Mensch? Bist du ein kritischer Mensch oder dann doch lieber jemand, der alles mit einer rosa-roten Brille sieht? MyTrip mit Sule immer entlang der südwestlichen Europaküste. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wünsche dir ganz viel Spaß bei meiner neuen Folge. Wer möchte ich sein und wer möchtest du sein? Denn ja, wie ist das eigentlich mit dem positiven Mensch sein, mit dem negativen Mensch sein, irgendwas dazwischen sein? Man kann ja nicht nur positiv sein oder nur negativ, weil immer gibt es auch was anderes. Aber wie möchte ich es nach außen tragen? Möchte ich alles Negative für mich lassen? Möchte ich alles Positive für mich lassen oder möchte ich so gemeinsam so ein Mittelding quasi erzählen oder von mir tragen? Ich denke mal, durch die letztliche Zeit war ich sehr, also vor, ich sage mal, bis vor einem halben Jahr, war ich immer eher auf das Negative fokussiert. Dadurch, dass halt auch so viel Blödes passiert ist und habe mir dann gedacht, du kannst dir gar nicht erlauben, irgendwie was Schönes auch zu erleben. Und das hat mich ziemlich negativ eingestellt, was sehr komisch ist, weil normalerweise war ich immer ein sehr positiver und optimistischer Mensch, der ich ja auch sein möchte, weil ich einfach dem Negativen gar keinen Raum geben will. Also nicht so sehr, ich meine, ich gucke ja selber keine Nachrichten oder konsumiere Nachrichten nur im gewissen Maßen und nur den Quellen, wo ich es halt wirklich auch hören oder sehen möchte. Weil einfach auch bei so einer Berichterstattung von so vielen Abermillionen und Milliarden von Menschen natürlich der Fokus irgendwie darauf gelegt wird, was krass ist. Also eher so die Gefahren von, was weiß ich, Pandemie, Mord und Totschlag oder irgendwelchen anderen krassen Sachen und nicht die schönen Sachen, die halt dann auch irgendwie herausgehoben werden. Und für mich ist es einfach manchmal zu viel. Und jetzt habe ich gerade irgendwie so einen Denkanstoß bekommen und ich überlege gerade, auf was lege ich meinen Wert, meinen Fokus? Worauf möchte ich mich konzentrieren in Zukunft? Und ich möchte mich, glaube ich, echt auf das Schöne konzentrieren und möchte das natürlich auch gerne weitertragen. Ich hatte immer Angst, wenn ich immer nur das Positive und das Schöne erzähle, da vergesse ich darüber oder die Menschen vergessen darüber, dass es nicht alles immer nur perfekt und super toll ist. Aber ja, ich finde es immer ziemlich schwierig davon, dass es halt irgendwie gerechtfertigt ist, dass das Leben manchmal schön ist, manchmal schlecht ist. Ich habe auch immer häufig gedacht, so okay, wenn das Leben so funktioniert, dann ist das ja perfekt. Was ist, wenn andere Leute dann zu neidisch sind oder traurig werden, dass sie das nicht haben? Vielleicht wollen die das auch gar nicht haben, so das Leben, so wie ich es führe. So, das sind ja immer so ganz viele verschiedene Faktoren und ich bin mir da immer sehr unsicher gewesen, wie mache ich das am besten? Und ich glaube, ich möchte eher positive Sachen jetzt teilen, damit einfach die Negativen gar nicht so viel Gewicht kriegen. Ich meine, ich habe auch dann irgendwelche negativen Sachen oder irgendwas, wo man dann sagen könnte, okay, ja, die Pumpe ist ausgefallen, wir haben jetzt gerade kein fließendes Wasser im Camper, aber wir haben schon eine Lösung gefunden, weil wenn wir nur den Schalter ersetzen können, funktioniert sie wieder. Also vielleicht einfach so war es dann. Ja, ansonsten ist es gerade eh so ein Punkt, wo es mir wieder besser geht und wo ich denke mir so, die ganze Welt liegt einem zu Füßen. Wenn man, also ich meine, ich hatte eine Lebensmittelvergiftung so irgendwie und halt diese Schnittwunde und das war halt einfach alles blöd, die Zeit und musste so viel noch machen, was ich nicht machen konnte. Und jetzt habe ich das aber schon relativ viel geschafft und es ist alles ein bisschen ruhiger geworden. Und das ist einfach schön, jetzt einfach gerade diesen Moment zu haben, dass man nochmal genießen kann, ja, das läuft alles, das geht alles. Und gleichzeitig ist, ich habe mit einer Reporterin gesprochen, weil wegen dem Beitrag, der über mich kommen soll, den wir planen, den ich irgendwie was zusammenschnibbeln muss oder aufnehmen muss, damit sie das zusammenschnibbelt, an Videomaterial. Und jetzt ist es halt so, dass sie gesagt hat, ja, das ist halt alles sehr viel Arbeit und sehr viel Training, was du da machst. Du kannst auch ein paar Sachen von den schönen Sachen damit reinstellen, wie du Leute triffst oder so. Und dann ist mir erst mal klar geworden, okay, ich habe einfach echt nicht viele Leute getroffen oder krasse Ausflüge gemacht und da muss ich dann dieses, wie heißt das so schöne, Work-Life-Balance für mich noch ein bisschen mehr rausholen. Weil ich denke immer, ich muss ganz viel arbeiten und ich will ja auch ganz viel arbeiten, aber vergesse dadurch manchmal auch einfach das Genießen. Und jetzt werde ich einfach mal mehr genießen versuchen neben der Arbeit und einfach mich, ja, versuchen runterzuholen und sagen, Okay, jetzt entspann mal kurz, weil wenn man, wenn ich jetzt da was gemacht habe, ich meine, ich habe heute auch schon, ich weiß nicht, wie viele E-Mails geschrieben und dann ist dann irgendwann, wenn ich dann plötzlich alles mögliche abgearbeitet habe, denke ich mir so, ja und was? Und was jetzt? Was mache ich jetzt? So, wenn man gerade in so einem Tuf los ist. Also es ist ganz verrückt. Aber jetzt bin ich im Camper und ja, okay, ich nehme gerade eine Folge auf, aber jetzt komme ich ein bisschen runter. Ich habe gerade Melone geschnitten, zusammen mit Kirschen zusammengelegt und die werde ich jetzt nach draußen zu meinem Papa tragen und mich dann einfach da hinsetzen, auf den See gucken, an dem wir gerade stehen. Es ist echt himmlisch schön und dann einfach mal einen Moment genießen. Selbst die, ja, Polizei hat uns hier stehen lassen. Wir mussten nur die Stützen einfahren, weil das ja dann offiziell als Camping gilt. Aber wenn der Wagen nur hier steht, dann ist das auch in Ordnung. Von daher, ja, mit dem Blick aufs Gute, auf das Positive, ich möchte nicht mehr meckern, jammern oder irgendwelchen anderen Krams, sondern ich möchte mein Leben genießen und auch nicht so viel arbeiten vielleicht, weil das ist auch etwas, das hat mein Vermieter mir mit auf den Weg gegeben. Oder hat er gesagt, er hat so viel einfach immer nur gearbeitet und man muss einfach noch mehr das Leben genießen. Das sage ich zwar auch immer irgendwie, aber es fällt mir doch noch etwas schwer. So, von daher, wenn wir uns dann irgendwie bald sehen, dann sag einfach mal, komm, wir genießen jetzt einfach mal. Und dann kriege ich schon wieder die Krise, weil ich denke, ich könnte in dieser Zeit dieses jenes welches schaffen. Aber gut, so ist das dann halt. Ganz liebe Grüße, hab einen wunderschönen Tag und genieße ihn. Deine Gina